Moin Freunde, Tracks umstartet und hat's erwartete Folge Rocket League zusammen mit Pepsi! Hi! Und wie man sehen kann, haben wir uns den Rocket Pass beide geholt und im Rocket Pass gibt es ja einen neuen Wagen, den kann ich euch mal zeigen und zwar das ist der Volkswagen Golf GTI und ich muss sagen, der sieht so vom Aussehen her auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus und Pepsi und ich haben uns für dieses Video einfach mal gedacht, dass wir den Wagen vorstellen werden und Freunde, ich würde sagen, wir gehen auch direkt in eine Runde rein So Freunde, wie man sehen kann, sind wir jetzt hier in der ersten Runde angekommen Pepsi, wie fühlt sich der Wagen eigentlich an, also nach welchem Auto oder welchem Auto ähnelt der? Octane Leute, erster Schuss Für mich, 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 für mich. Ah, äh, sorry, ich muss mich mit dem Auto aufwärmen Ich gehe einfach mal drauf Aber ich höre die erste Aktion, die hat mir direkt gut gefallen mit dem Wagen Nach oben Für dich? Ist eh gar nix Ah, meinst, Pepsi aber das fühlt sich wirklich nach octane an als ob das octane box hast du schön ich ist drauf der kommt gut hat er aber für dich ja 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 der wagen der gefällt mir jetzt schon auch schon geplant ich habe mir angezeigt dass ich lebt habe ich glaube mir geht gerade kommt sie durch naja schade das war es ist ein niveau auf jeden fall aber was mache ich hast du alles gar nicht da stark ich hatte keinen boost mehr man den halten naja hauen fake raus ja das war gut das war ein geiler pass ja noch ja egal bei uns gut ich fände es mal mitgemacht mache einen guten pass ich mache nach links schmutz er passt nach rechts das war nach vorne aber der wagen der ist richtig geil muss sagen kurz 20 comeback auf einmal aber der wagen der ist geil ich glaube ich würde den neun von zehn bis jetzt geben ich fühle mich obendrauf lehren das gibt zu der wenn die bewertung als das item ist lustig aber ich würde sich spielen vor allem schädchen kopf gegeben ja sorry nein du musst jetzt tausend tausendmal sorry sagen jetzt wird gespammt jetzt wird gespammt ähm warte nee ich mach dir jetzt mit dir guck mal hast du fast gefakt oh nein ich hab keinen boost mehr oh nein du hast beide gefakt mach einen pass schnell und noch einen legenden pass alter ja ich bin einfach mit meiner schulkröte mit meiner schulkröte obendrauf die maschine naja pepsi lass dann in dem video einfach machen dass wir zwei runden spielen und ich hatte dann beide runden ganz dran ok ich will auch noch ein tor machen noch schön dass du noch keins fake war geplant der du warum fagst du dir die ganze zeit ich kann na scheiße komm hast du äh weg damit ich bin halt kein fake sorry ja solange du mich nicht fake so eine gegner dann ist ja alles gut ich will dich einmal so faken ne lass mal lieber nicht bitte äh ja ah der hat dich jetzt auch schon gefakt digga er wollte mich bampen ich wollte ihn auch bampen jetzt febsi mach ihn komm komm der wickel komm rückwärts nein nein wir machen jetzt einfach die eine challenge von den anderen video nach nach vorne ey du bist doch meine hälfte ne 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 grad nicht jetzt aber wieder hast du äh ich mach ein pass ich mach ein pass auf ach digga hast du hast du ach ich glaub warte mal du könntest dir noch einen machen weg mit dir gegner ok also deine tore musst du an der nächste torne schießen warte mal nochmal pepsi leute da mach ich einmal ein pass und dann ist da hinten und leute wie man sehen kann sind wir jetzt auch noch in der zweiten runde am besten mehr wenn wir beide runden gewinnen können können ok kann man machen knapp hinten mal gucken ob es klappt ne achso ne ui 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 was machst du überhaupt mit der netz die ganze zeit oha pepsis erstes panik ja meinte ich ja jetzt pepsi fähig nach links machen guten pass ach schmutz ja wenigstens hat es zu denn ja oh mein gott auch für pension auch mal gegen die wand wenn ich da noch mal rein kommen hätte ich noch mal einen pass machen können nach links nach vorne geht auch hat er macht ein pass okay er hat mich noch in der luft gebämmt das habe ich nicht reingemacht nicht rein der hat dann aufgehalten warum hatte ich den nicht hatte einmal muss das sein einmal spaß haben muss sein du sagst du fakes und bleib stehen und trotzdem klappt der kickoff ja ich hab's ja nix haupti mopsi warum gehst du zum boost digga digga du hast du echt krebs digga du hast doppelt krebs was machst du warum gehst du zum boost digga jetzt weiß ich warum du auch platin bist und dann wollte ich den noch haben ja der hätte den schon zehnmal reingemacht wenn ich da gewesen wäre weg mit dir ja die zweite runde die ist richtig aggro hier bei mir leute wegen leider wir hatten natürlich wlan störungen deshalb muss das jetzt kurz raus kann ne ok wenn ich ehrlich bin habe ich pepsi ein bisschen untergebracht alle leute die zweite runde haben die genau aufgegeben und leute das fazit ist das auto finde ich sehr geil was sagst du pepsi mega also ich muss sagen ich finde das bis jetzt auch also ich finde das ist schon neun von zehn aber ja freunde schreibt mal gerne in die kommentare okay wie ihr das auto so findet und ja vorhin würde ich sagen sehen wir uns bis zum nächsten mal haut rein und peace